Glauben Sie sich denn die Zukunft der Anders Autohaus Gruppe und von Mercedes-Benz aus? Was hat denn so eine schönste Erinnerung mit dem Auto oder mit dem Motorrad? Wieder eine Folge Car Talk und neben mir sitzt der Hauke Anders. Hallo Hauke. Wir machen heute eine spezielle Car Talk Variante und zwar dürfen Mitarbeiter von der Anders Gruppe dich heute anrufen hier in unserem Car Talk und dir irgendwelche Fragen stellen. Schon ist einer da. Soll ich annehmen? Das geht ja ganz leicht. Hallo Hauke Anders hier. Hallo Moritz Windhoff. Ich mache momentan eine Ausbildung zum großen Auslandskaufmann bei dem Auto aus Anders. Ja, sauber. Ich habe einfach Fragen an Sie erinnert. Ja, gerne. Wenn man jetzt diese Lehre von damals anrufen würde, was würden diese über Sie sagen? Besser nicht. Ich glaube, das ist ganz gut, dass ich nicht aus Fächter komme. Schule war, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht so mein Ding. Ich war dann doch mehr, wenn die Schule zu Ende war, flog der Ranzen in die Ecke und ich bin auf den Bauhof gegangen und bin mit unseren LKWs, mein Vater hatte damals drei LKWs im Bauunternehmen, bin mit denen rumgefahren und habe alles Mögliche verteilt auf die Baustellen. Das war mir wichtiger als für die Schule zu lernen. Also insofern gibt es da sicherlich keine großen Lobeshymnen von meinen Lehrern. Das ist auch mal ganz interessant zu wissen. Ich bin auch viel beim VfL heute aktiv und Sie ebenfalls auch in vielen Vereinen, zum Beispiel Laster Vechter. Woher kommt Ihre Begeisterung für den Sport? Ja, für den Sport einmal, weil ich selbst sehr gerne Sport gemacht habe. Früher, heute leider nicht mal so viel. Aber für mich ist viel wichtiger das Ehrenamt, dass man damit ausübt, dass man sich wirklich engagiert. Und insofern bin ich damals durch meine Kinder, durch unsere Kinder hier zum VfL heute gekommen, die hier Fußball gespielt haben. Habe dort eben auch als Betreuer und Trainer gearbeitet in der Jugend der Kinder. Bin dann irgendwann reingerutscht in den Vorstand. Das mache ich auch sehr gerne. Habe auch die Kinder immer animiert. Sie müssen in den Sportverein rein. Sie müssen in den Mannschaftssport machen, wo man wirklich das Teambuilding lernt und das erlebt. Das war mir immer ganz wichtig. Ja, und dann auch so Rasta-Schützenverein. Das ist für mich auch wirklich ein sehr, sehr wichtiges Thema. Kompanie. Die Kompanie Hindenburg. Die Grüße natürlich an dieser Stelle. Genau, ich grüße die Kompanie Hindenburg, mit unserem Kompanieführer Herbert. Also das ist wirklich eine tolle Geschichte, wichtige Geschichte. Und für mich immer so eine Verpflichtung, auch etwas zurückzugeben. Okay, das würde meine Antworten... Moritz, ich habe auch noch eine Frage. Jo. Du bist ja Azubi, ne? In welchem Layer bist du? Ich bin Azubi. Ich bin im zweiten Layer. Es gucken ja ganz, ganz viele junge Leute auch zu und die sich vielleicht auch bei Anders bewerben wollen. Wie hast du das gemacht? Wie bist du auf die Idee gekommen, dich bei Anders zu bewerben und wie ging das dann vonstatten? Also ich habe viele Freunde, die hier auch gearbeitet haben oder auch noch arbeiten. Und durch diese bin ich dann an das Autohausch angetreten, habe meine Bewerbung abgegeben und bin dann ins weitere Auswahlverfahren gekommen. Okay, und wie war das Vorstellungsgespräch? War das streng, doof, locker oder hast du dich gut gefühlt? Oder erzähl mal ein bisschen. Es ist gerade im Vorstellungsgespräch natürlich eine gewisse Nervosität da. Man hat natürlich auch Dinge, man versucht alles richtig zu machen, man versucht frei zu sprechen, nicht verklemmt zu sein. Aber wenn man dann in den Besprechungsraum reingegangen ist, war es ziemlich locker. Der Herr Korf war mit mir dort, mit der Frau Kirchhoff zusammen innerhalb des Besprechungsraums und das Gespräch lief ganz gut vonstatten ab. Okay, also gibst du jedem den Tipp, einfach entspannt, aber trotzdem ein bisschen vorbereitet reinzugehen. Aber, Ivi, sich auch ein bisschen freuen auf das Gespräch vielleicht sogar, ne? Ja klar, natürlich. Also vorbereitet auf jeden Fall. Man sollte natürlich den Background auch von der Firma wissen und sich genug darauf vorbereiten. Aber auch nicht zu verklemmt und auch locker in das Gespräch reinzugehen. Dann kann man am meisten überzeugen. Prima. Ja, das war doch ein super Tipp. Danke, Lier. Super. Danke. Alles klar. Vielen Dank. Kein Wunder. Bis dann. Tschüss. 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 Alles klar, würde ich sagen. Das war's. Wir fahren jetzt wieder nach Hause. Bis bald. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten, ciao, ciao. Tschüss.